Wer seid ihr? Stellt euch vor. Ich bin jemand, der gerne neue Erzählstrukturen, neue Erzählweisen ausprobiert, der viel experimentiert. Ich möchte gerne ein kreativer Wirbelwind sein. Wenn ich Lust habe, was Neues auszuprobieren, versuche ich es halt und wenn es nicht klappt, dann probiere ich es halt nochmal. Ganz viel zuhören und zugucken. Gucken, was sich richtig anfühlt und sein, worauf man Lust hat. Und von dem her ist Musik wirklich ein Teil von mir, der mich halt unglaublich glücklich macht, wenn ich dem irgendwie Aufmerksamkeit schenke. Wenn ich gerade eine schlechte Phase habe, dann merke ich halt auch, dass es wie Medizin ist, so einen Song zu schreiben. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Psychotherapie, also oft entstehen Sachen einfach daraus, dass mich Dinge sehr arg beschäftigen. Irgendwie hat mich das so gepackt, dass ich dann immer weitergemacht habe und geschaut habe, was kann ich noch machen? Wie kann ich das weiterentwickeln? Wie komme ich auf die nächste Stufe? Kunst als Hobby oder in der Profession? Profession? Das wäre schön. Ich habe meine Berufung gefunden. Ohne Musik würde es einfach, glaube ich, nicht gehen bei mir. Ich meine, jeder Ulmer Newcomer sagt, ich setze Ulmer auf die Karte, wir machen das halt wirklich so. Vielen Dank.